Wenn du mit einer Frau schreibst, schicke ihr bloß nicht diesen Satz. Wann hast du Zeit? Dieser eine Satz ist inhärent unattraktiv, weil er abhängig ist. Um es besser zu sagen, indem du diesen Satz aussprichst, machst du dich von ihr abhängig. Nun, das Ganze ist natürlich anders, wenn ihr schon seit Wochen miteinander ausgeht, miteinander schlaft und sogar ein Paar seid. Aber der Grund, warum es dann okay ist, liegt daran, dass sie weiß, wie es gemeint ist, weil sie dich dann schon lange kennt. Sie weiß, dass du sehr wohl ohne sie zurechtkommst, du dein eigenes Leben hast, unabhängig bist, sexy und attraktiv. Darum dürftest du dir in diesem Kontext den Satz erlauben. Aber weißt du, am Anfang eures Kennenlernens, da kennt sie diese ganzen Charaktereigenschaften an dir noch gar nicht. Sie weiß nicht, dass du auch ohne sie zurechtkommst. Sie weiß nicht, ob du vielleicht einer von diesen abhängigen Männern bist. Du könntest allen Chancen nach dich auch wieder wie der letzte Mann herausstellen, der sie nicht loslassen konnte, sie auf ein Podest gehoben hat und sie einfach nicht auf Augenhöhe gesehen hat. Und hier liegt der Fehler, den so viele Männer machen. Sagst du ihr, noch bevor du mit ihr geschlafen hast oder geschweige denn, sie jemals getroffen hast, schon diesen Satz, wann hast du Zeit? Dann kommt bei ihr leider an, ich würde alles stehen und liegen lassen für dich, wenn du dir nur für mich Zeit nimmst. Ich habe nämlich kein eigenes Leben. Ich bin es gar nicht wert, sie zu fragen. Sie ist so viel besser als ich. Wann hast du denn Zeit für mich? Du hast ein wahrscheinlich viel interessanteres Leben als ich und deswegen mache ich meine Entscheidung vollkommen von deiner abhängig. Wann hast du denn für mich Zeit? Damit würden wir nicht sagen, dass wir eine Partnerin wollen, die auf Augenhöhe mit uns ist. Nein, damit würden wir kommunizieren, dass wir jemanden suchen, der uns weit überlegen ist. Aber viel attraktiver, unabhängiger und wahrheitsgemäßer wäre es doch ihr zu sagen, du ich habe diese Woche nur an zwei Abenden Zeit, aber ich würde dich gerne sehen. Dieser Satz kommt unabhängig und wertschätzend an. Das ist Selbstliebe plus Liebe für andere. Das ist, wenn du sagen kannst, ich will dich, aber ich bin nicht auf dich angewiesen. Um es safer zu machen, kannst du ihr erst mal schreiben, hey hey, ich habe eine Idee. Und nachdem sie antwortet, sagst du, wann bist du das letzte Mal völlig stressfrei und entspannt durch die Innenstadt geschlendert? Dann sagt sie dir etwas und daraufhin antwortest du, ich könnte Dienstagabend so ab 18 Uhr, aber leider nicht allzu spät oder Samstagvormittag. Biete ihr an, bei diesem Prozess der gemeinsamen Verführung mitzumachen? Es liegt nicht alles nur an dir, aber der erste Impuls, der sollte von einem unabhängigen und attraktiven Mann kommen. Und wenn du wissen willst, was natürliche Frauen besonders attraktiv an einem Mann finden und was die eine Eigenschaft ist, die dich von den Lauten, Egoisten und Arschlöchern unterscheidet, dann schau dir dieses Video an.